Dieser leere Parkplatz ist genau richtig. Wie alle anderen jungen Leute braucht auch der Bootsneuling viel Freiraum ohne Hindernisse und dazu auch die Freiheit, Fehler zu begehen. Mr. Krabs, Sie sind wirklich ein weiser Mann. Tja, da will ich dir nicht widersprechen. Also schön, nun leg den Gang ein. Anfängerfehler, richtig? Wird vermutlich so sein. Jetzt wirst du langsam auskuppeln und dann sehen wir uns die Schäden an. Kuppe, 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 Kuppe. Oh, kaputte Wand. Die kommt so auf 15.000. Oho, das Feuer in der Küche wären nochmal sechs Riesen. Oh, ein Rechtsstreit. Oh, das sind eine Menge Nullen. Komm schon, Krabs, und reiß dich zusammen. Du hast schon tiefer im Fischleich gesessen. Du hast schon in Kanonenläufe gestarrt, oder? Sieh in dieses Gesicht. Sieht so das Gesicht deiner schwersten Schlappe aus? Ist das so, Krabs? Ja. 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 Musik